so leute erst bei der erste geschichte hier in der siedlung der russstraße bis nettenstraße leben nur noch leute die nur am rumspinnen sind was ich die einen rummoppen und so die nur ein oder so die einen beleidigt was ich rumspinnen sind dass das gibt es hier nur in dieser siedlung große straße nettenstraße hier sind nur leute wie sie wirklich nur noch leute nur noch am rumspinnen rummoppen was ich die kann mir nehmen haben auf deutsch gesagt die doof sind einfach nur doofen leute sind die kein verstand haben gar nichts jetzt wird jetzt zwei zweite jetzt zweite sache das geschichte zweite sache die menschheit ist mir nicht mehr so wichtig die menschheit ist für mich gar nicht mehr so wichtig ist das einzige was für mich zählen für mich noch wichtig und zählt für mich wichtig ist sind meine hobbys mit dem band tanking kolben 10 könig kohl bändchen retuliken kolben 10 könig kohl und aufnahmen machen aufnahmen machen es nehmen aufnahme machen ist nebenbei aufnahmen machen ist nebenbei für mich wichtig am wichtigsten aufnahmen machen ist nebenbei für mich am wichtigsten weil nur wenn ich dazu fähig bin nur wenn ich dazu fähig bin man meistens bin ich nicht dazu fähig um aufnahmen zu machen so Und das Allerwichtigste für mich ist nur dieser Benten, King, Kol, Benten, König, Kol, Reptolid. Das ist für mich das Wichtigste. Die Menschheit ist für mich gar nicht mehr so wichtig. Der Grund dafür ist, weil die Menschheit keinen Verstand mehr hat. Die Menschheit kennt nur eins, Gewalt, Mobbing und Krieg. Das kennt nur die Menschheit, nur eins. Mobbing, Gewalt und Krieg. Die Menschheit hat keinen Verstand mehr. Keine Ordnung mehr, gar nichts mehr. Deswegen ist die Menschheit mir auch nicht mehr so wichtig, gar nicht mehr. Hat keinen Verstand mehr, gar nicht mehr. Das ist die Menschheit auch nicht mehr wert. Das ist der Menschheit wirklich nicht mehr wert. Also auf der Welt ist es der Menschheit nicht mehr wert. Bei solchen Menschheit, die auf der Welt leben, die auch meistens ekelhaft sind, pervers sind, Schweine sind, was weiß ich, die nur eins kennen, Mobbing, Gewalt und Krieg oder noch ekelige Sachen machen und ekelige Sachen kennen, was weiß ich. Das ekligste, was es bei der Liebe gibt, zum Beispiel, das ekelhaftste, oder das ekligste, was es bei der Liebe gibt, was es bei der Liebe gibt, wenn man Liebe hat. Ja. Das kennt nur die Menschheit auf der Welt, nur eins. Deswegen ist es für mich nur einer der wichtigsten, zählt nur für mich nur eins, der Benten King Kohl, Reptolik König Kohl und die Aufnahmen und die Aufnahmen nebenbei und die Aufnahmen machen noch nebenbei. Menschheit zählt nicht, Menschheit zählt nicht mehr. Und wenn man so nichts vorSayst., Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das soll der Benten King Kolb in 10 Republik König Kolb bei der Menschheit beibringen, bei der gesamten Menschheit auf aller Welt beibringen, verstanden und Ordnung, über die Menschen verstanden und Ordnung haben. Segen soll er die Menschheit unter die Knute bringen, verstanden und Ordnung beibringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.